Steueränderungen im Jahr 2021. Ja, so langsam neigt sich das Jahr zu Ende. Wir haben nur noch wenige Tage und wie in jedem Jahr, so ändert sich auch im kommenden Jahr einiges in gesetzlicher Hinsicht. Die wichtigsten Steueränderungen auf einen Blick erfahren Sie in diesem Video. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran und damit Sie nichts verpassen, schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Bis gleich. Steueränderungen 2021. Was wird günstiger und was wird teurer? Es gibt Positives und es gibt auch Negatives zu berichten. Die Rentenanpassung orientiert sich ja immer an der Entwicklung der Löhne und diese hatten aber in den letzten Monaten leider eher eine negative Entwicklung. Ja, folglich müssten deshalb die Renten eigentlich sinken, aber es gibt ja zum Glück eine Garantie zur Rentenstabilisierung. Die Rente wird kaum bis gar nicht steigen, nämlich in den alten Bundesländern wird es keine Rentenerhöhung geben und in den neuen Bundesländern eine Anhebung von rund 0,7% zum 1. Juli 2021. Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld ab 410 Euro im Jahr führt zur Pflichtveranlagung. Es zielt nämlich zu den Lohnersatzleistungen, genau wie zum Beispiel Krankengeld, Elterngeld, Übergangsgeld oder auch das Verletzengeld. Und im Jahr 2020, da erhielten ja ungefähr so bis 10 Millionen Menschen zwischenzeitlich Kurzarbeitergeld und jeder, der mehr als 410 Euro im Jahr solch eine Lohnersatzleistung, also Kurzarbeitergeld bekommen hat, ist im Folgejahr zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet und zwar bis zum 31.07.2021 für das Jahr 2020. Die Regelung, nach der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld steuerfrei bleiben, wird bis Ende 2021 verlängert. Der Soli-Zuschlag, der hat ja schon viele Jahre für Schlagzeilen gesorgt und er wird ab 2021 für die meisten, also für rund 90% der Steuerpflichtigen abgeschafft. Er betrug bisher 5,5% der zu zahlenden Einkommenssteuer. Ab 2021 ist er nur noch in unveränderter Höhe zu zahlen ab einem zu versteuernden Einkommen von 96.409 Euro bei Ledigen und 192.818 bei Verheirateten. Ja, bei Kapitalerträgen fällt der Soli-Zuschlag leider nicht weg. Er wird neben der Abgeltungssteuer weiter erhoben. Was gibt es noch für Änderungen? Nun, die Entfernungspauschale, die wird bei längeren Fahrtwegen ab dem 21. Kilometer für die einfache Entfernung, also für den Hinweg, auf 35 Cent angehoben. Für alle, die einen einfachen Fahrtweg bis 20 Kilometer haben, ändert sich leider nichts. Dann gibt es die Corona-Pauschale fürs Homeoffice. Die gibt es 2020 und 2021. Sie beträgt pro Tag 5 Euro und wird bis maximal 600 Euro gewährt. Das sind also maximal 120 Arbeitstage im Jahr. So können alle, die nicht die Voraussetzungen für ein häusliches Arbeitszimmer erfüllen, wenigstens einen Teil der zusätzlichen Kosten für Heizung oder Strom geltend machen. Aber Achtung! Diese Corona-Pauschale ist Bestandteil der Werbungskostenpauschale von 1000 Euro. Das bedeutet, wer außer der Corona-Pauschale keine weiteren Werbungskosten hatte, hat von dieser Pauschale gar nichts. So, dann wird der Grundfreibetrag erhöht. Und zwar wird er angehoben bei Ledigen von 9.408 auf 9.744 Euro und bei Verheirateten von 18.816 Euro auf 19.488 Euro. Bis zum Grundfreibetrag bleibt das Einkommen also steuerfrei. Familien mit Kindern können sich darüber freuen, dass es pro Kind mehr Kindergeld gibt. Und zwar gibt es monatlich 15 Euro mehr pro Kind. Und der Kinderfreibetrag, der wird auf 8.388 Euro angehoben. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beträgt zurzeit 4.008 Euro. Er wurde befristet angehoben und erhöht auf diese 4.008 Euro und gilt auch ab dem Jahr 2022 weiter. Also diese Befristung wurde erstmal generell aufgehoben. Was gibt es noch Neues? Der Mindestlohn, der steigt von 9,35 Euro auf 9,50 Euro pro Stunde. Das ist wenigstens ein kleiner Schritt zu fairen Löhnen. Aber ab 2022 und später sind bereits weitere Erhöhungen des Mindestlohns geplant. Eine weitere positive Änderung ist die Verdopplung des Behindertenpauschbetrages. Aber darüber habe ich bereits in der vorigen Woche ausführlich ein Video veröffentlicht. Die Übungsleiterpauschale wird ab 2021 von 2.400 auf 3.000 Euro erhöht. Und die Ehrenamtspauschale steigt von 720 Euro auf 840 Euro. Damit sollen Verein und Ehrenamt gestärkt werden. Was gibt es noch? Also es ist geplant, die Bürokratie beim Spendenabzug zu verringern. Bisher wurde auf eine Spendenbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenen Muster bei Kleinspenden bis 200 Euro verzichtet. Also da reichte der Nachweis in Form des Kontoauszugs und dieser Betrag wird auf 300 Euro ab 2021 angehoben. Also bei Spenden bis 300 Euro reicht der Nachweis in Form eines Kontoauszuges. Ja und zu guter Letzt ist bei besonders schwerer Steuerhinterziehung die Verjährung von 10 Jahren auf 15 Jahren verlängert worden. Das waren jetzt so die allerwichtigsten Änderungen auf einen Blick. Ja, das war der Überblick über die wichtigsten Änderungen. Einige sind ja ganz angenehm. Bei anderen muss man sich sagen, was soll's, betrifft mich nicht. Wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick verschaffen. Vergessen Sie nicht, sich hier unter dem Video meinen kostenlosen Report zu sichern in sieben Schritten zur Steuererklärung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal. Und das war's für heute. Wir sehen uns erst wieder im neuen Jahr. Ich wünsche allen einen ganz, ganz tollen Start in das Jahr 2021. Und seien wir mal gespannt, was uns dieses kommende Jahr erwartet. Alles Gute, Jutta Martin.